wie hast du echt die bild habe ich dir die geschickt von der tuningmesse handys was explodiert die bilder angeguckt Ich hab meinen WhatsApp-Ton, ich hab so einen So einen WhatsApp-Ton Ich dachte so, das war Dubstep Weil das... Weil vor 20 Minuten die Gleichzeit nicht kamen Jedes Mal hat der den Ton neu abgespielt, das war wie Dubstep Ich hab wirklich kurzzeitig gedacht, ich hab irgendwie ein Virus auf dem Handy Ich dachte, das ist ein ganz leichter Akku Wie hast du denn bitte schon mit mir geschickt? Ich weiß es nicht Ich mach dann das WhatsApp auf und sie dann... Und dann guckt Du siehst die Bilder bis offline Okay, ich hab's aber auch schon geschafft, mein Handy abstürzen zu lassen Das geht ganz schnell, sei wohl Das hab ich noch nicht geschafft, das ist nicht daran, wenn der Samsung benutzt Ist das Mamor? Boah, die Beste Oh, die hat schon das neue Huawei P10 in der Hand gehabt Ne, ne Boah, ich hab das mit Mediamarkt Was soll ich denn bei Mediamarkt? Was weiß ich? Guck Weil meins geht langsam zu Ende Ähm, weil... Man kann eigentlich schon ne U dazu sagen Ich hab ein U-Hu dabei Und ja Achso, ja Ich krieg's doch nicht mehr grade gebogen Du hast dich verbogen Das ist schlicht Ich hab's aber nicht so gebogen, dass ein Curve ist, sondern falsch rum Gehen nach außen Gehen nach außen Ja... Ich sag dazu immer gar nix Ja Ich hab nicht Weil das ist ja mal viel Sport Das Handy in der Hosentasche hat und sich viel bewegt Wer bewegt sich bitte? Sport machen so nennt so Also die Gang vom Zimmer bis zum Kühlschrank Ach du magst Ja ungefähr so laufts nämlich Oder beim Meck ist beim Drive-In Waren wir einmal zu weit rechts Ja, dann muss er halt aus dem Auto steigen Das ist halt auch Sport Okay Janik Ja BK Ich sag nur BK Halt die Klappe Melly Das war das geilste Also Akko, ob ich jeden Tag zu tun hab Ich hab Mitleid, mein herzliches Beileid nie Siehst du warum ich Depressionen habe? Ja Ich hab auch Depressionen hab Akko, du musst dir das so vorstellen Wir fahren Barrel King Drive-In Bestellen Sag der Fenster 2 Halt erst mal im Fenster 1 Fahr dann zu Fenster 2 Gibt uns die erste Ladung und sagt Fahrt grad ein Stück vor Auf die Fläche Auf die Fläche Und wartet Was mach ich? Vor allem ausrufen Mit dem Parkplatz Es sind nur noch Imp-Burger King Wie der Tipp da verwehrt rumläuft Laufe dann Laufen Falschrum in den Drive-In reinholen unser Zeug Vor allem Bevor wir überhaupt erst mal ins Inn gehen Nein, wir gehen in den Laden Gucken was wir wollen Und wir gehen dann in den Drive Warum nehmt ihr es nicht gleich mit? Warum? Ach Gott Ja, wir wollten erst gucken was es gibt Das sind wir erst in den Drive-In Ja, dann hättet ihr es gleich drinnen kaufen können Wir wollten durch den Drive-In Warum? Keine Ahnung, wir sollten das halt Der gelbe Pfeiler an der Ecke immer so schön uns sieht Wenn du vorbeifährst wahrscheinlich Ja Ja Vielleicht haben sie auch kurzfristig Fetisch für Elektronikgeräte entwickelt Wollt unbedingt durch diese Blechdose dann mit der Pfeiler Wenn du dich eh halb auf die Autotür setzen musst Und reinbrüllen musst Damit du überhaupt ein Wort verstehst Weswegen ich einmal beim Big Dasty Bacon A Big Mac in der Tüte hatte Weil die mich durch diese Blechdose nicht verstanden hast Oh Gott Boah das war auch so geil da war ich auch das letzte äh Burger King Sag ich 3 Chicken Burger 2 Chicken Burger Das hört schon auf einen Wunsch 3 Chicken Burger Alles klar Also Preis zeigt Fenster 2 Fahre ich ein Fenster 2 Was kommen 3 Stück Und bloß die Eppel da ist auch Ihr seht ein Normaler kommt danach Ja Ach ja Am Eli das ge- äh Aku das gerne war Äh äh weißt du ja nicht Keim gefahren ist Äh auf mich zu mir nach Hause Ist auch ein Burger King Er ist nur zu Burger King Äh Ich sitz Und er was denn Ich sitz 6,5 Stunden in diesem Scheiß Hab Hunger wie sonst was Wer schickt mir ein Bild vom Burger King Melli Melli das ist nicht nett Alter ich hätte Umsteigungen und es ist so hart auseinandernehmen können Bis ich mir nen Burger zahle Ja dann musst du hier hochkommen Bravo 3 Minuten nichts gegessen Er stirbt Oh Die Ja für Lee sind 3 Minuten viel Die haben schon ne Woche lang nicht gegessen Achso Alter Überlebt man Ne ich nicht Aber die Ich glaube ich muss zum Arzt Oh verdammt Du weißt ja Ich friss sau viel ne Ja Ich hab abgenommen Ich fahr mit dem Auto zum Döner Ich fahr mit dem Auto zur Bank Ich fahr überall hin mit dem Auto Ich hab abgenommen Erklär mir mal wie Erklär mir mal wie Ich seh grad ich hab ein Bot immer noch nicht umgestellt Es ist immer noch Falsch Verdammt Von der Bot Guck dich das ist wieder kalt Es liegt nicht am Botly Ich hab's falsch eingestellt aus Versehen Ja ich weiss schon Es liegt wirklich nicht am Bot Das ist meine Dummheit Das hast du jetzt gesagt Ja Marco du hast ja auch den Führerschein oder Ja Wie oft hattest du schon da ne Kontrolle Noch nie Ich nach den ersten 3 Tagen meine erste Kontrolle Vielleicht sind in Deutschland auch mehr Kontrollen als in Österreich ich hab keine Ahnung Ich hab seit über zweieinhalb Jahren meinen Führerschein Ich hab auch noch nie ne Kontrolle Und ich bin jeden Tag von Leipzig nach Berlin gefahren Und ich fahr ein Faktor weiter Kontrolle Ich dacht mir so Wow Ja Wir haben die guten Tag Polizei Wir haben sie angehalten weil sie auf der falschen Spur fahren Rückwärts und dann noch auf dem Dach Und warum hängt eine Frau auf ihrem Kühlergrill? Ich doch drückwärte Fliege Das wäre aber eine ziemlich dicke Fliege Das ist doch die dicke aus dem Netto oder nicht? Das ist wie ne Maja Für die die sich wundern warum ich jetzt grad geschrien hab Obwohl überhaupt nichts war Ich hab gedacht die Erde ist Lava und fließt auf mich drauf Ahem 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 Na gut Solange du dich nicht vor einer Kerze erschreckst Ist doch alles gut Oh das ist Riolin Ahem Melli ist dir das passiert? Nein Ja Nein In dem Lee Bei nem Horrorspiel Hetz Warum stand da auch ne blöde Kerze? Aber ich hab mich auch erschrocken Muss ich euch zugeben Du weißt mit diesem alten großen Raum die einigste da oder? Naja Welche Spiele? Ja der umgedreht habe auf einmal stehen hinter mir eine Kerze Koma Bortura Bortura oder wie auch immer das Ding hieß Okay Keine Ahnung Kenn ich nicht Akku hast du noch ne Banane übrig? Nein Ich hab nur eine und außerdem hat der Command einen Cooldown von Also der Award hat einen Cooldown von einem Tag Gerade Gerade Ach doch Rebung in der Klasse Nein Böö Das ist auch nicht typisch So wie komm ich dazu raus? Ist das schon mal im Glück? Wenn dann will ich eine Postkarte von dir Ja Ich hab alles zu teuer Aber du willst ein Stück Bananenschale drauf haben Okay kann ich machen Ich werde die Bananenschale aufnehmen Aber bitte frische Bananenschale Oh Okay Ich das ankomme und Ja Oh Gott Das Lied Welches Lied läuft klar? Everything's all right Oh Gott ich sehs Ich sehs Och nö Hmm Akku Wie habt ihr es geschafft? Na Reihe Ich glaube ich bin jetzt dauergeschädigt auf das Lied Seitdem ich To The Moom gespielt habe Aber wirklich Akku Bei deinem Stream war wie ein Stein Ich hab nicht geheult Ich war nicht traurig Gar nicht Versteh das War bei Liam Stream hast du geheult wie Ja Da schon Da hab ich immer was Gutes gemacht Da war der größte Wasserfall der Welt dagegen Nee ich hab Ja gut du hast das schon gekannt Du hast das schon gekannt Es war eher die Mischung aus den Liedern Es war ja erstmal Everything's all right Und dann kam halt der Only One Oh Only One Und das Hintergrundbild Und das Hintergrundbild Sehr sehr gut Dann ist mein Inventar doch nicht so zugeklatscht Oh Das funktioniert gut Bin zwar ein Stein Aber manchmal auch ich weinen Auf allem nach Wo komm ich jetzt da rüber? Gar nicht Oder so Okay Lee Ich glaub wir können dann den Tempel doch aus Marmor bauen Weil Marmor haben wir jetzt schon weit 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 mehr als Wolle Ja Ja Ich hab jetzt schon wie viele Stacks Marmor gesammelt Ähm Ich dachte schon wieder Kalk ab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 komplette Stacks Marmor Und wie viel Wolle haben wir? Ich glaub einen Popel Mhm Und das war's Oh ja Leaf Mhm Ich will nach meinen Ass Oh Mhm So Oh Wie sie zeigt heute mit deiner Leitung aus Und die ganze Zeit Speedtest Ja obwohl ist es stabil aber Nicht viel Dann hoffe ich dass das bald wieder mehr wird So So Weil das Timon war echt perfekt Weil das Timon war echt perfekt Da war was schwarzes im Baum Was ist das? Aber das Timon war perfekt Akku fängt an äh seine Banane zu Uuaaaaaah Alter So hab ich mich da ungefähr gefühlt Uuuh Ich bin grad 10 Kilometer durch die Luft geflogen wegen einem scheiß Creeper Wiss Der ist explodiert Ich bin aufs Versehen im gleichen Moment gesprungen Und der hat mich durch die Luft katapultiert ich drehe mich um und auf einmal schaut mich so ein schiches fettes grünes gesicht an also ich menschlich ich mein alter schuldigung es tut mir leid das ist mir rausgerutscht ich habe gehört ich will mal mit einem pinguin ich weiß nicht ob das auch rollen wird ich glaube wir sind nicht so auf nullen aus aber 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 wieso kann ich die erde nicht einsammeln ich glaube jetzt hat es ist ein mysterium wenn ich nicht so dämlich zum bauen wäre das wäre dann dann wird es deutlich schneller gehen ich bin auch so blöd zum bauen ich bin da besser im einrichten ich auch einfach mal mit das grünzeug lasse ich da das brauche ich nicht was ist das lantern of the forest ja komm das baue ich bei mir daheim irgendwo an da geht es zur wüste der wüste skyro skyro du hast mich erschrocken schönen guten abend servus turkey tail und er hat einen pilz ich hoffe was ist das ich frage mich was ist das und dann ist es der angefangene tempel den ich da begonnen habe ich bin manchmal echt ich glaube manche messer wenig untertrieben mark meli wird nicht brech das ist meine aufgabe gar nicht war gut meine ist süß und unschuldig auszusehen aber es nicht zu sein das ist wirklich so das brauche ich das brauche ich habe ich jetzt gerade meine wackeln aus was sie nach oben gelegt so holzboden eine schaufel kann ich mir glaube ich machen oder haben wir noch eine muss ich mir machen ok da so und den weg könnte man dann dorthin auch weiterführen irgendwann einmal ja ich glaube das passt von der größe schon ich will mich nicht wieder übernehmen ja das war genau das was ich machen wollte das muss stimmen ich glaube den kann ich mir sogar sparen da kommt ja eigentlich eine wand drauf und dem her müsste es eigentlich glaube ich so reichen das ist natürlich großartig dass ich jetzt den see zugebaut habe und jetzt wieder abbaue wow hat sich ja gelohnt den zuzubauen oh ja auf jeden fall hätte ich gleich mit holz zubauen sollen was war das hätte hätte verrat was war das gerade eben ich habe keine ahnung was das war hat sie ich mache überhaupt nichts und da sind wir auch wieder zurück in minecraft ja in minecraft mein kristall dann baue ich da alles mit holz zu dann wird das nein ich wollte unten doch keinen holzboden sondern also sag mal ne scheiße mach an ja ja mali es tut mir ja halt ich werde es nie wieder sagen du bist hier der erwachsene du musst ein gutes vorbild sein ja ja vorbild sagte die sozialpädagogin die mit dem einen kind aus der der irgendwie auch zu besuch ist über videospiele redet das ist wirklich so da kommt immer an und wir werden über videospiele reden immer jetzt kann ich schnell heimlaufen und was anderes holen haben wir eigentlich dunklen stein ich glaube nicht ich würde es nämlich gerne kariert machen was ist das blusch das ist doch kein bluschist der ist strahlend weiß das schaut aus wie marmor aber es ist blue schist slap so blue ist aber nicht das könnte dann aber funktionieren kann ich marmorziegel machen steiner aber unsere liebe nicht was warum warum nicht ja so halt ich glaube da wäre nur ein lili ne ich mir ein ne ich mir ein wie sehr sehr böse auch von zweit und eine kartoffel ich hab meine kartoffel wieso nennst du ihn ne ich da frag es nicht das war ein insider dark creeper marble light creeper marble ornate marble panel ach du scheiße das ist natürlich sehr cool ich probiere das ganz kurz einmal aus wie das ausschaut achso ich kann das gar nicht aufsammeln weil ich voll bin oh ja oh ja das kann man glaube ich machen das hat auf jeden fall was ist auf jeden fall sehr kitschig aber ich denke das kann man machen kitschig du stehst ja auf kitsch oder nein 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 gut was ich hab auch noch nie äh panic geguckt sowas kann ich mir nicht antun ich krieg da das blanke kotzen und vielleicht die helfe dann alles so kitschig ist das mach ich einfach mal man muss man muss man muss mal gucken was unter kitsch versteht was verstehst du zum beispiel unter kitsch wenn alles einfach extrem übertrieben goldig und glänzend und so pink und alles ist, dass man auch mit Krebs kriegt, wenn man es anschaut. Ja. Ja, das ist wirklich schick. So das kann ich nicht. Nein, nein. Ich mache es lieber blutig. Hä? Blutig, ja. Du bist an deinem Tempel vorbei gelaufen. Der ist hinter dir. Ähm, ah, ja. Wir brauchen dringend den Weg daher. So, dann schaue ich mal, ob das mit dem besser ausschaut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut wäre. Oh, das verbindet sich sogar. Ich frage mich, ob sich das auch verbindet, wenn es unterschiedliche Farben sind. Ich mache erst einmal einen grauen rundherum. So, dann schaue ich mal. So, dann schaue ich mal.